Hallo und herzlich willkommen hier bei OptionStrategie.de. Mein Name ist Jens Rabe. Heute geht es um etwas ganz Besonderes. Wir sprechen heute über das, was im Februar passiert ist, die Lehren daraus. Ich habe noch eine Einladung zu einem Webinar für euch. All das jetzt hier im Video. Ihr seht, ich stehe heute hier bei mir im Studio. Das Studio ist auch so, wie man es normalerweise nicht sieht. Hinten gibt es eine Green Wall, wo wir dann immer Charts einblenden usw. In diesem Studio hier machen wir immer unser Coaching. Auch unser Helpdesk, also das, was immer Donnerstag stattfindet. Coaching ist montags und mittags. Ich habe mich heute ganz bewusst hier hineingestellt. Das hat mit dem Webinar zu tun. Dazu aber später noch ein bisschen mehr. Ich will mit euch darüber sprechen, was im Februar passiert ist. Es gab in der letzten Zeit auch hier auf dem Kanal sehr angeregte Diskussionen. So will ich das mal nennen. Zuallererst möchte ich mich bei allen bedanken, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben. Ich meine das jetzt wirklich ganz ehrlich. Es ist natürlich immer gut, wenn man Feedback bekommt. Klar, logisch. Man hat am liebsten immer positives Feedback. Auch mir ist es am liebsten, wenn jeder kommt und sagt, Jens, du bist ein super Typ und alles, was du machst, ist großartig. Das finde ich toll. Aber ich weiß natürlich auch, ich bin seit über 25 Jahren selbstständig, habe Unternehmen, Firmen. Da weiß ich natürlich, dass das nicht immer so ist. Deswegen ist es natürlich auch ganz normal, dass dann auch mal, gerade wenn es eben nicht so läuft, dass dann Kritik kommt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass doch bis auf wenige Ausnahmen ein Großteil der hier vorgebrachten Kritik, Anregungen und so weiter, dass das doch sehr konstruktiv war. Und deswegen erstmal vielen Dank an alle, die sich hier beteiligt haben und die auch von sich aus mal geschildert haben, was sie gut finden und vor allem eben, was sie auch nicht so gut finden. Gerade eben jetzt in Bezug auf die aktuelle Situation, weil man natürlich, wenn man so wie ich hier als Coach auch arbeitet, natürlich unbedingt dieses Feedback braucht. Weil man unbedingt hören muss, okay, was sagen denn die Kunden, was sagen denn die potenziellen Kunden, was finden die, muss verbessert werden, was muss man anders machen. Also ich brauche dieses Feedback und ich bin, ich muss es immer wieder sagen, der, der am meisten davon profitiert, weil ich natürlich so viele Fragen bekomme, mich mit so vielen Dingen beschäftigen darf. Ich meine das wirklich mit darf und nicht mit muss, dass natürlich in mir ganz viele Denkprozesse vonstatten gehen und das ist erstmal eine tolle Sache. So, jetzt kommen wir mal darauf, was ist im Februar passiert. Ganz klar, wir hatten bis zum Januar 2018 wirklich eine fantastische Zeit. Ein paar Jahre lang haben wir richtig viel Geld verdient und dann im Februar, März, das war nicht so gute Zeit. Da haben wir auf die Mütze bekommen, in den einen Konten ein bisschen mehr, in den anderen Konten ein bisschen weniger. Und ich will einfach mit euch, ich will das mal so ein bisschen auseinandernehmen, was ist denn da überhaupt passiert? Weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass das, was wir im Februar erlebt haben, gerade in den ersten Februartagen, so 5. oder 6. Februar, dass das etwas wirklich außergewöhnliches war, dass das eine ganz, ganz außergewöhnliche Situation war. Der größte Anstieg des VIX, den wir jeweils an einem Tag gesehen haben, der Zusammenbruch etlicher Short-Vola-Produkte, XIV, SVXY mal als Stichwort, da kam also ganz, ganz viel zustande. Und ich glaube, das hat viele wirklich überrascht und ganz ehrlich mich auch in der Heftigkeit. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Jetzt ist es bloß so, dass die Folgen davon für mich jetzt nicht so dramatisch waren. Aber, und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gelernt habe für viele Kunden von uns, die haben mit so etwas nicht gerechnet. Also die waren damit auch mit dieser Situation überfordert. Und jetzt ist es natürlich auch meine Aufgabe als Coach, als jemand, der einen Börsenbrief herausgibt, damit umzugehen und daraus Lehre zu ziehen. So. Und jetzt könnten wir das hier in einzelnen kleinen Videos nacheinander aufarbeiten. Also was man da machen muss, Stichwort Positionsgrößen, Stichwort Hedging, Stichwort Risikomanagement, Stichwort hat die Morgenroutine überhaupt so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Was haben wir, ich, für Fehler gemacht in den Trades. Weil das steht ja außer Frage, dass wenn man verliert, dass man da, vor allem wenn man mehr verliert, als man eigentlich erwartet, dass man da Fehler gemacht hat. Das ist ja auch ganz normal. Und da gibt es also ganz, ganz viele Punkte. Und deshalb habe ich mir erst überlegt, okay, wir hacken das alles so in kleine Teile und machen dann hier Videos. Und ich finde aber, diese Videos werden dann immer so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Da ist da mal was, da ist da mal was, da ist da mal was. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dass wir sagen, wir machen lieber ein ganzes Webinar. Wir machen lieber ein ganzes Webinar, wo wir mal von Anfang bis Ende das alles auseinander nehmen. Also, dass wir uns anschauen, okay, was ist da wirklich passiert? Was war das Besondere? Was hat das für Auswirkungen auf die Zukunft? Was hat das mit einzelnen Positionen gemacht? Wie haben die sich verändert? Und was habe ich im Trading ganz konkret auch vielleicht für Fehlentscheidungen getroffen? Und was sind vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, was sind die Lehren daraus? Was muss man ändern und welche Konsequenz haben diese Änderungen? Also, hier euch zum Beispiel eine Methode zeigen, wie ihr konsequent sagen könnt, ich beschränke das Risiko meines Portfolios, egal was passiert, auf einen bestimmten Prozentsatz. Egal was passiert, ich kann das so eingrenzen, das ist etwas, was da geht mit Optionen, dass ich nicht mehr als einen bestimmten Prozentsatz meines Kontos verliere, maximal. Aber, und das ist nämlich das, was immer so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wird, was hat denn das für Konsequenzen? Und will ich oder bin ich bereit, mit diesen Konsequenzen zu leben? Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache das an einem Stück. Ich mache ein ganzes Webinar, wo ich von Anfang bis Ende all diese Fragen durchgehe. Und jetzt saßen wir heute hier in der Firma zusammen und haben überlegt, okay, wen laden wir zu diesem Webinar ein? Der erste Gedanke war, wir machen das nur für unsere Kunden. Also, für all diejenigen, die bei uns im Coaching sind, wobei, da haben wir das sowieso schon ein bisschen mehr ausgearbeitet, aber da werden wir das auch noch ein bisschen mehr machen. Also, wir haben gesagt, okay, vielleicht für Coachingkunden, für diejenigen, die bei uns den Börsendienst haben, für diejenigen, die das Webinar kleine Konten gekauft haben. Also, wir sagen, okay, machen wir es nur für die, weil im Grunde genommen, wenn ich, ich meine, ich bin ja niemandem Rechenschaft schuldig, und wenn schon, dann doch nur unseren Kunden. Also, diejenigen, die hier auch eine Erwartungshaltung haben, weil sie ein Produkt von uns gekauft haben. So, alle anderen, und da gibt es ja auch ein paar, die immer so ein bisschen was rumstängern und so, aber die nie Kunden bei uns sind, nie waren und auch, das weiß ich auch, nie werden, warum soll ich denen eigentlich hier irgendwas erklären müssen? Auf der anderen Seite haben wir uns dann gesagt, naja, gut, aber dann ist das so wieder, dann klingt das schon wieder so ein bisschen wie, wir wollen da irgendwas verkaufen. Also, du musst jetzt dieses Abo haben, damit du mitmachen kannst. Und jetzt gibt es ja auch viele neue Leute, die dazu kommen, die hier immer wieder die Videos schauen von dem anderen Kanal, die halt so irgendwie mal was von uns gesehen haben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, am Ende, wir machen es jetzt für alle. Wir machen ein Webinar für alle. Das heißt, jeder darf an diesem Webinar teilnehmen, egal ob er bei uns Kunde ist oder ob er nur bei YouTube zuschaut, egal ob er vorhat, bei uns Kunde zu werden oder auch, und da werden auch genügend da sein, die niemals vorhaben, bei uns Kunde zu werden, da darf die Konkurrenz zuschauen. Ja, das macht sie ja ohnehin schon immer. Und deswegen, also alle dürfen mitmachen. Und zwar, das Ganze findet statt, ich habe es hier stehen, am 24. Mai 2018. Also, das ist noch gut einen Monat hin. Warum nicht eher? Das liegt nicht daran, dass ich mir bis dahin etwas ausdenken muss, sondern weil ich ja jetzt die ersten 14 Tage im Mai nicht da sein werde. Ich bin ja in den USA und komme dann erst so, ich glaube, am 14. Mai bin ich erst wieder im Büro und dann haben wir hier noch Richtfest in der Firma. Also das heißt, bis dahin ist mein Terminkalender extrem voll und ich will aber wirklich auch die Zeit haben, das mit euch zu machen, weil das wird auch kein 20-Minuten-Webinar, sondern da werden wir schon ein bisschen länger machen. Also, 24. Mai 2018, das ist ein Donnerstag, um 18.30 Uhr. Und wir werden dieses Webinar, mal gucken, ob wir es aufzeichnen. Ja, wahrscheinlich werden wir es schon aufzeichnen. Also, 18.30 Uhr, 24. Mai 2018. Der Link ist hier unten. Ihr könnt euch jetzt schon eintragen. Wir werden es aber natürlich jetzt auch in den nächsten Videos immer mal noch mit ankündigen. Wir werden ja noch ein paar Mails rausschicken und so. Das ist ganz klar. Und bevor jetzt da jemand antwortet, was kostet das jetzt? Es kostet nichts. Also, es kostet nichts. Es ist ein freies Webinar, wo jeder mitmachen kann, wo jeder dabei sein kann und wo ich auch nicht nur etwas erklären werde und etwas zeigen werde, sondern wo ich auch Fragen beantworten werde. Und deswegen ganz klar, wer Fragen hat, der kann die hier unten in die Kommentare schreiben. Wer jetzt aber sagt, ich möchte es eigentlich nicht so öffentlich haben, der kann mir das Ganze auch gern per Mail schicken. Ihr schickt das einfach unter die Info-Adoptionsstrategien.com und schreibt einfach rein, Betreff Webinar 24. Mai, damit ich das dann auch gleich zugeordnet bekomme. Ihr müsst euch vorstellen, wir kriegen ja in der Firma am Tag gefühlt 100 E-Mails. Und wenn da jetzt kein richtiger Betreff ist, dann dauert das sehr, sehr lange, die herauszufüllen. Deswegen schickt mir das also bitte mit einem entsprechenden Betreff. So, und ich denke, dass dieses Webinar uns allen helfen wird, uns für die Zukunft zu wappnen. Denn eins ist ja Fakt. Ich bin jetzt so lange dabei und ich mache so lange schon erfolgreich Auktionshandel, dass das für mich jetzt überhaupt kein Grund wäre, zu zweifeln, ob das weitergeht. Aber was ich natürlich erkenne ist, dass man vielleicht gerade den Einsteiger, die sowas noch nie erlebt haben, dass ich vielleicht unter anderem deren Risikobereitschaft anders eingeschätzt habe als meine. Weil ich will euch das in einem ganz einfachen Beispiel noch erklären und ich werde das im Webinar noch mal ein bisschen ausführlich machen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe in meinem kleinen Konto 3.000, 4.000 Euro verloren. So, dann ist das für mich jetzt nicht so dramatisch. Und das liegt jetzt nicht daran, weil mir dieses Geld nicht wichtig wäre, sondern weil es tatsächlich in meinem gesamten, was ich so tue, eben wirklich nur ein kleines Konto ist. Also ich habe deutlich größere Konten. Ich habe andere Anlagen noch. Neben dem Optionshandel mache ich übrigens auch mal noch ein Video, warum es aus meiner Sicht absolut sinnvoll ist, mehrere Dinge zu machen, außer nur Optionen zu handeln. Und das hat nichts damit zu tun, dass man an der Strategie zweifelt. Und das heißt also, für mich ist das wirklich jetzt, ich kann mit diesem Verlust sehr entspannt umgehen, weil ich es in einem Gesamtkontext sehe. So, jetzt habe ich aber gemerkt und das war mir vielleicht auch nicht so bewusst, dass ja für manche dieses Risiko, diese 3.000 Euro Verlust eben viel, viel dramatischer sind. Und das hat es gar nicht so viel damit zu tun, ob man jetzt viel oder wenig Geld hat, sondern wie risikobereit man ganz einfach ist. Ich zum Beispiel war immer schon extrem risikobereit und habe immer schon Gelder investiert, auch mit dem Bewusstsein, dass ich dieses Geld verlieren kann. Also wenn ich alleine bedenke, was ich an Dingen gekauft habe, an Dienstleistungen hier für meine Firma, dass ich mal, was weiß ich, irgendwelche freien Mitarbeiter hatte, schon vor 10 Jahren, vor 15 Jahren und wir wollten mit denen was aufbauen. Wir wollten mal einen Fonds gründen, schon vor 10 Jahren oder so. Und weil wir keinen Zugang zu institutionellen Geld hatten, haben wir uns jemanden engagiert, der uns versprochen hat und uns das gut verkauft hat, uns diesen Zug, diese Zugänge zu verschaffen. Das hat mich Zehntausende von Euro gekostet und am Ende ist da nichts rausgekommen. Das war mir aber immer wert, weil ich mir immer gesagt habe, okay, man muss halt investieren, wenn man was erreichen will. Und da ich nie weiß, welche Investition sich am Ende auszahlt, habe ich natürlich auch immer gesagt, okay, ich mache das jetzt und wenn es schief geht, so what, dann geht es halt schief, dann mache ich das Nächste. Und das ist meine persönliche Risikoneigung. Die hat aber nicht jeder. Also muss ich darauf reagieren, als quasi Dienstleister und werde das auch im Webinar nochmal ein bisschen zeigen, wie wir da jetzt auch vielleicht Dinge umstellen, um einfach denjenigen, die risikoscheuer sind als ich, und das ist ja kein Merkel, sondern es ist einfach eine Tatsache. Jeder Mensch ist ein bisschen anders, da auch diese Risikoscheu oder diese Angst vor Verlusten etwas besser nehmen zu können und wie man das vielleicht auch darstellen kann. Also, ich freue mich sehr auf dieses Webinar mit euch. Ich hoffe, es wird voll. Nein, ich bin mir sicher, es wird voll. Am 24. Mai 2018, 18.30 Uhr. Donnerstag, 18.30 Uhr nach dem Helpdesk. Link steht hier unten. Meldet euch jetzt schon an und dann sehen wir uns. Bis dahin. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, was macht's gut? Bye-bye.